Willkommen auf Sri Lanka. Wir sind jetzt hier und es hat ganz viel geregnet die letzten Tage, deswegen müssen wir jetzt mit dem Boot fahren, weil das Taxi kommt nicht weiter. Aber zum Glück ist alles so gut organisiert, deswegen machen wir jetzt eine nice Boote-Experience bis nach Kaibikia. Zu Kaibikia. Das sieht seriös aus. Guten Morgen, wir haben unsere erste Nacht in Kaibikia hier bei Kaibikia verbracht und haben hervorragend geschlafen, obwohl es die ganze Nacht geblitzt und gedonnert hat und geregnet hat. Wir hatten ja richtiges Unwetter, was eigentlich total unnormal ist für diese Region, beziehungsweise auch für diesen Monat, weil eigentlich war die Regenzeit schon vor zwei Monaten. Aber es kann natürlich immer wieder Ausnahmen geben. Und ja, dementsprechend sieht es jetzt hier so vor unser Haustier aus. Können wir gleich mit einem SUP zum Frühstück paddeln. So, es wird Zeit zu frühstücken, aber bitte mit Sonne. Wenn wir gleich mit einem fi-flamen, dann geht es einfach nicht wie��분. Dann können wir mal wieder aus. Dann können wir wieder mit einemuther Haustier aus. Dann können wir so weit weg gehen, aber es ist einfach nicht mehr, sondern wir sind noch ein Game. Dann können wir dann ein paar Tage hinein, dann können wir dann mit einsch ca turns zu frühstücken. Und wir sind jetzt eben wieder aus. Wir sind auf jeden Fall. Aber wir sind keine Sendung, wir museln da auch nicht so gut aus. Quer, Quer, Querên . Quer, 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 Quer Quer,bereich high. Ah.... Na, Quer. Ich wollte mir so auf. Ah, ah, ah. Alright, ich wollte mir so auf. Ah, ah... 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 Ah, ah... Outro Ja, cause es halt für mich so